Guten Tag, ich begrüße Sie bei CDR Legal. Viele Anleger der European Wagon Lease Asset sorgen sich zurzeit um die Rückzahlung ihres Vermögens. Einige warten bereits seit über einem Jahr auf den Rückkauf der Anteile, die sie über Direktinvestitionen in Eisen-Güter-Waggons erworben haben. Verlockend war damals besonders die hohe Rendite von 7 bis 9 Prozent. Erfahren Sie in diesem Artikel alles über den aktuellen Stand der European Wagon Lease, über das Geschäftsmodell und wie Sie unter Umständen Ihr Geld zurück erhalten können.